Kanal, ähm, heute Kanal, ähm, heute Smoothie Challenge, mit dem lieben Manuel. Hi. Und, ja, ich würde sagen, zuerst mal, ich muss mich bedanken für die 21 Likes und die 21 Abonnenten. Also wir haben genauso viele Likes wie Abonnenten, wer rechnen kann. Und, ja, ich würde sagen, wir fangen zurück. Das hat nichts mit Rechnen zu tun. So, jetzt sind wir auch schon soweit. Ähm, so, ich würde sagen, wer zuerst ziehen, machen wir Cing, Chang, Chang, Chang. Really, nigga. So, ich dann zuerst ziehen. Really, nigga. So, dann zieh ich den jetzt. Bitte was Gutes. So, dann zieh ich den jetzt. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Also wir haben... Really, nigga. Fünf gute und fünf Nächte. Und es wird... Mango-Nirup. Das mache ich jetzt schon. Und alle sind. Ja, lass, lass, lass. Die Rekke, das ist ziemlich schwer. So, ich zieh da, nigga, Mango, jetzt. Ja. Vanille-Joghurt. Boah, das wird geil. Guck mal, der kriegt zwei Schüsse in seine verschissene Magen. Lecker. Oh, ich kann da dann ja einfach das rumschäden, wenn man das nicht kriegt. Zitrone. Oh, nee. Zitrone. Quanko und Zitrone. Lecker. So, bisschen Zitrone. So, bisschen Zitrone. So, bisschen Zitrone. Alles klar. Alles klar. Also, engen Gurkonebissis. Große, geile Gurkonebissis. Große, geile Gurkonebissis. Große, geile Gurkonebissis. Ich habe Geld. Und aus dem Wischen wieder an. Bide, bide, was leckeres. Bide, ich hoffe, es ist schön, was leckeres. Und dann? Na, eine Flahnensoße. Lecker, lecker. So. Ich würde sagen, wir schaffen dieses Video. Ich hab mir das jetzt. He-cha-maa-n! Und, so. Warten wir da? Ach, das reicht. Mir ist das eigentlich noch mega, aber ich hab ja ein großes Glas. Okay, eigentlich. So, jetzt bin ich schon wieder. Richtig. So, und? Zuckerrüben! Was hast du denn drauf geschrieben? Zuckerrüben-Teilding doch. Erlebt sich. Was wollte ich auch noch sagen? Mach dir krööchen rein, ey, Mama. Was wollte ich auch noch sagen? Mach dir krööchen rein, ey, Mama. Und, bis ich mich schon mal. Ja, wir werden mal drüben. Oh, oh, okay. Jetzt aber auch so. Mö? Ich brauche die Schöne rein. Mach dir, was hat mich schon. Läge dich schon. Wir werden uns zuersteln. Hast du dich schonum? Wir werden uns zuersteln. Wir werden uns zuersteln. Hmm, wir werden uns zuersteln! Wir werden uns zuersteln. Wir werden uns zuersteln. Das war's für heute. Einmal irgendwas und noch einmal irgendwas und es wird Honig. Mein schmeckt mega lecker bestimmt. Oh mein Gott. Da fällt mir eine Challenge an, ein Marshmallow-Challenge. Ah ja, habe ich auch schon gemacht beim Musical.ly. So viel macht es, wenn ich den Mund gewohnt habe, wie es geht. So ein Stück habe ich gepackt. Na ja, echt? Ja. Also, die kleben voll, Alter. Ah ja. So, mach ich mir das mit dir. Wenn du die Klebe doppelst, schau mal an den Schein. Jetzt machen wir noch Schien-Chang-Chang-Chang. Wer ein großes und ein kleines Glas? Ne. Wer die Buttermilch als Friesigkeit bekommt oder Milch. 200 Euro. Dann mache ich auch 1 Passager. Shi-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch. Ich bin ein eckliger Buttermelch und ich bekomme ein leckeres Glas und ich bekomme ein kleines Glas und ich bekomme ein kleines Glas. Oh mein Gott. Und jetzt kann es halt kommen, setze ich wieder hin und muss auch immer schön gespannt bleiben. Jetzt machen wir mal die beiden Mixsorten rein. 1% Fett. 1,5% Fett. 2,5% Fett. 1,5% Fett. So, jetzt würde ich sagen, es gibt eine kleine Zeitrauffer und wir mixen jetzt zuerst. Oh, dann riecht es noch ekelhafter. Das ist der kleine Manu jetzt, wenn es da mal ein tägliches Fleisch rein trinken, und dann kommt es. Komm, sieht man, ob du siehst? Das riecht ekelhafter, guck, riecht es? Also, meins riecht mega lecker, guck. Muss ich das ganze trinken? Nee, einfach nur einen Schluck, aber einen Schluck. Ja. 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 Ja.